Wir sollten unsere Freunde gedenken und unsere treuen Angestellten. Ha! Ich bin nicht sicher, wie du mit solchen Reden noch eine Amtszeit im Senat gewinnen willst. Dad! Alistair, bring uns bitte noch eine Flasche Burgunder und könntest du noch die Weihnachtsbeleuchtung einschalten? Sicher, Sir! Ja, hallo alle Leute und herzlich willkommen zurück zu Nightcore Let's Play Lotus! Ja, und das haben wir ja schon gestern gesehen, die, ähm, ne, nicht gestern, ja, doch, für euch war es gestern, für mich nicht. Ähm, die Zwischenfrequenz von hier Alistair, weil der ist wahrscheinlich unser nächstes Opfer. Weil es hieß ja im Tagebuch, äh, Alistair, bla und bla, vielleicht kann ich ihn draußen erledigen. Und, äh, ja, da wären wir wieder. Und, äh, ja, es tut mir leid, falls ich etwas weniger rät, aber ich bin grad frisch aufgestanden. Es ist jetzt im Moment 9.34 Uhr. Ich war noch mit dem Hund draußen, um ein bisschen wach zu werden, hab mir ein Café runtergelassen. Und jetzt hab ich halt die beste Möglichkeit, ähm, zu, äh, aufzunehmen. So, okay. Dann würde ich mal sagen, starten wir los, wa? Äh, ich nehm noch eben so schnell das Handband, äh, das Haarband von meiner Hand runter, weil das stört mich echt hart. Ähm, ja, und, äh, ich dachte, meine Freundin wäre mit Kapitel 8 weit gewesen, aber wir sind ja nach drei Episoden schon in Kapitel 6 gelandet. Obwohl das Spiel für mich bis auf den ersten Mord alles blind war. Und, naja, von Kapitel 5 gab's sogar drei Kapitel, Kapitel 5, Kapitel 5b und Kapitel 5c. Hab ich gesehen bei den Loser, die ich grad geladen hab. Wie uns mein Vater einfach gar nicht mit uns redet. Sagt ihr uns das jetzt immer? Wartet kurz. Bin wieder da. Wir haben in letzter Zeit viel durchgemacht. Ich bin sicher, wir fehlen uns zusammen. Ey, bleib am Dreiradler. Ich wollte jetzt gar nicht drei Maustaste, zwei Drücken, also rechte Maustaste. Ich beworfne mich mit einer Zahnbürste. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich den. Irgendwie mag ich Alistar. Wie können wir den denn töten? Oh, der ist ja voll nett. Oh, und wir müssen den kaltblütig ausschalten. Ist grad was aktualisiert worden? Ich würd sagen, er muss ja die Weihnachtsbeleuchtung einschalten. Warte, ist zwar ein, aber ich würd sagen, wir suchen jetzt mal... Das Einschaltegerät. Okay, ich glaub gar nicht, dass das ein Stromgenerator ist. Das sieht mir eher aus wie so ein Kompressor für Luft. So ein Ding hat mein Opa nämlich auch. Wir müssen irgendwie die Weihnachtsbeleuchtung ausschalten. Also meine Vermutung ist, er muss ja immer die Weihnachtsbeleuchtung einschalten. Ha, aber wo ist die Weihnachtsbeleuchtung? Worfne mich mit einer Zahnbürste. Okay, folgen wir mal den Kabeln. Ich folge jetzt einfach mal der Weihnachtsbeleuchtung. Vielleicht gibt die mir Ausschluss drüber. Da kommt mir eine Idee. Er sollte vorsichtig sein, im Winter kann es draußen glatt werden. Womit kann man Wasser transportieren, ohne dabei Verdacht zu erregen mit einer Wasserflasche? So müssen wir eine Wasserflasche finden, aber ich will mit dem Dreirad faden. Geht schneller. Oh, der geht genau unter dem her. Vielleicht wäre es am besten, wenn wir das da glatt machen. Ne, ne, keine Sorge. Ich bin ein braves Kind. Ich mach nichts. Ich schwör voll groß, Alter. Okay, da haben wir wieder das Kreuz. Wo könnte eine Wasserflasche sein? Ich guck mal in unserem Zimmer nach, weil da vermute ich eh am ehesten eine Wasserflasche. Steig mal ab. Was sagt Nanky von so Ruitaubrett? Ich habe viele Formen, in der Tat, wenn ich fest bin, bin ich glatt. Ja, das trifft total auf Wasser zu. Ich pack die Zahnbürste aus. Ist das nicht eine Wasserflasche? Eine leere Wasserflasche? Und die füllen wir jetzt im Bade... Badezimmer auf. Werkt wurde korrekt verwendet. Willkomm ich jetzt XP? Okay, äh... Ich vermute, dass wir das dann mit unserer Macht, mit Delikine, Mäste zerbrechen lassen müssen. Mit dem Eisdingen oben rum. Wo er dick wird, dass er dann runterfällt. Und voll auf Alistair drauf. Glaube ich. Ich glaub, so können wir Alistair am besten ausschalten. Und so Lucius rutscht natürlich nicht. Aber Alistair rutscht. Ach, komm her. Licht. Ja, schon witzig. Wenn man den so pranken würde, so zu Weihnachten, ne? Oh, der ist voll nett gewesen grad. Jetzt wird er wahrscheinlich böse werden, weil er merkt, dass wir ihn töten. Warte kurz, Lucius. Ich bin gerade beschäftigt. Er ist ausgerutscht und hat sich den Rücken verletzt. Das hat nicht ganz funktioniert. Es fehlt die Feinabstimmung. Ich sollte mich hier nach einer Lösung umschauen. Weiß ich doch schon, wie geht. Alter, voll in den Kopf. Ich dachte, es war ins Herz oder so. Aber das war ja genau das rechte Auge. Alter. Mr. Wagner, ich bin Wayne Preston vom Herald. Ich würde Ihnen gerne Fragen zu den Todesfällen in Dente-Mannes stellen. Das ist ein Privatanschluss. Wie kommen Sie an diese Nummer? Fünf Tode in ein paar Monaten ist eine sensationelle Geschichte, Mr. Wagner. Die Öffentlichkeit muss erfahren. Winter Hill Police Department. Hier spricht Senator Charles Wagner. Stellen Sie mich bitte zu Detective McGuffin durch. Die Presse schießt sich darauf ein, Mr. McGuffin. Ich habe eine Wahl vor mir und ich darf die Lage nicht außer Kontrolle geraten lassen. Sie tun mir leid, Mr. Wagner. Diese Reporter stürzen sich wie Geier auf jeden traurigen Fall, den ich bekomme. Sie lieben Tragödien. Aber was können wir tun? Es ist ein freies Land. Ich muss das aus den Zeitungen raushalten, Mr. McGuffin. Wir hatten eine Pechsträhne. So einfach ist das. Der Einsatz ist hoch und ich stehe unter großem Druck, alles zu klären. Der Druck liegt auf uns beiden. Sie lassen den Bezirk wie einen Witz aussehen. Meine Vorgesetzten werden das nicht einfach hinnehmen. Nun ja, Sie erfahren es nie, wenn Sie es nicht unter Dach und Fach bringen. Ist das eine Drohung, Mr. Wagner? Das möchten Sie nicht herausfinden. Ein paar Telefonanrufe können Wunder bewirken. Detective McGuffin! Kann ich Sie sprechen? Wie kommen Sie hier rein? Sie bearbeiten den Fall wie auch der Wagner-Anwesen. Ich habe da ein paar Fragen über die Serie Ungewöhnlicher Todesfälle in den letzten paar Monaten. Hören Sie mir zu. Lassen Sie diese Leute in Ruhe. Sie hatten nur etwas Pech. Es sind nette Leute und sie brauchen Zeit, wegen ihrer Verluste. Klar? Wenn ich sie noch einmal in der Nähe dieses Hauses sehe, verhafte ich sie. Verstanden? Ich war fast so weit, das lateinamerikanische Dienstmädchen zu verhaften. Ich wollte ihr Zimmer durchsuchen, um eine Flasche Rattengift oder ein Vorhängerschloss zu finden. Aber plötzlich war es zu spät. Tom Wagner, der Bruder von Schaunz, hatte scheinbar eine Affäre mit zwei in der Dienstmädchen. Eine fand es wohl heraus und war darüber nicht glücklich. Was wir nur an diesem Mann fanden. Er lebte auf Kosten seines Bruders und stellte ich-weiß-nicht-was in seinem drückigen kleinen Filmstudio an. Wir haben den Raum durchsucht. Was für ein kranker Perversling. Da war schließlich ein Kind in diesem Haus. Über dieses Kind wusste ich allerdings nur wenig. 3. Januar 1973, verhängnisvolle Affäre. Ja, Alistair ist tot, leider. Ich mag den. Jovita ist unsere Nächste. Hausmädchen Jovita, sie würde einen guten Sündenbock abgeben. Ich weiß, dass zwischen Dom und ihr was läuft. In einem Augenblick werden Erinnerungen geboren. Aha, okay. Alter, ich will schon wieder mit E. Was habe ich denn eigentlich? Die Taschenlampe. Ich rüste, dass niemandem aus auffällt, eine Zahnbürste aus. Was tut denn das Auto überhaupt draußen? Das geht doch nicht. Okay. Erstmal das Dreirad holen, ne? Alter, unser Fatty erpresst erstmal den Detektiv, Alter. Voll hart. Ist niemandem aufgefallen ist, dass mein Dreirad da draußen steht, wo der Tod passiert ist? Okay, Jovita, sie würde einen guten Sündenbock abgeben. Sündenbock bedeutet, dass wir ihr die Schuld in die Schuhe schieben müssen wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen ihr Zimmer finden. Und ihr alles dann in den Kasten oder Schublade oder auf den Kasten stellen. Keine Ahnung. Da wohnt auf alle Fälle... Das dürfte das Zimmer vom Ding gewesen sein, oder? Vom... Vom Ding. Ah, damit die Mutter mal wieder mit mir normal redet, bringe ich mir eben die Sachen runter. Die Schmutzwäsche. Ähm, das nehme ich jetzt aber nicht auf, weil wir es ja nicht mehr erledigen müssen eigentlich. Ähm, und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, ich glaube, ich habe gerade Jovita gesehen. Ja. Ich wohl war gerade noch am Weg. Die wird jetzt... Äh, was ist denn das? Ein Schlipper. Alter, es ging gerade nicht so. Alter, ich kann gerade die Aufnahmen nicht passieren. Alles klar, dann nehme ich euch halt mit. Ohne Spaß. Könnten wir jetzt bitte mal fertig sein mit Wäsche sortieren? Ah, warum ich da jetzt vorhin nicht in das Zimmer reingegangen bin. Es hieß ja, dass mein Onkel mit zwei Hausmädchen eine Affäre hat und am Gang liegen... Liegt Gewand. Also da denke ich mir auch nur so, ja, äh... Ja, Bettsport. Hey, mein Junge, ich weiß, ich habe versprochen, Zeit mit dir zu verbringen, aber ich kann jetzt natürlich nicht. Okay. Und sag mir wenigstens, ob du irgendwo Wäsche hast. Ich muss die nämlich wegbringen. Sonst redet meine Mutti nicht mehr mit mir. Okay, alles klar. Das ist ja wirklich so ein Ding. Hallo, Junge. Es scheint alles gut zu laufen. What the fuck? Weißt du, der kommt mir sowieso komisch vor. Es gibt kein Kreuz hier in dem Zimmer. In jedem Zimmer hier ist ein Kreuz. Er fragt uns, ob alles gut zu laufen scheint. Äh, was meint denn der in der Schule? Keine Ahnung. Alter, der ist irgendwie voll creepy. Und der ist auch so gehässig. Ich bitte was, wenn wir dem erzählen würden, dass wir für die ganzen Tode hier verantwortlich sind, würde er uns helfen. Ohne Spaß. Der würde uns 100 pro helfen. Nein, ein Zimmer komme ich leider gerade nicht rein, weil ich denke, dass da Ding-Tong und Ding-Tong gemacht wird. Und hat da richtig harter Betsport. Könnte aber sein, dass das das Zimmer ist, wo das letzte Kleidungsstück drin ist. Aber da kommen wir leider nicht schon rein. Und wie wäre es, wenn die Bitch hier einfach mal um die Ecke gucken würde, wa? So, das ist das Zimmer der Eldies. Ah, nicht klar, da ist nichts mehr. Ist in meinem Zimmer noch irgendwie? Schmutzwäsche? Nee, sieht nicht so aus. Okay, was ist das? Da ist ein Gästezimmer. Da ist noch ein Gästezimmer. Da liegen Pantoffeln. Ah, da ist noch ein Socken, ein Socken. Okay, ich gucke noch eben so ein bisschen die anderen Räume an, ob da noch irgendwo was sein könnte. Unser Onkel Dom dürfte jetzt ja eigentlich nicht in seinem... Alter, was ist denn das für ein Stück Scheiße? Alter. Alles klar, der muss sterben. Der muss so hart sterben. Alter. Ja, wir waren jetzt in allen Räumen. Es fehlt... Nee, wir waren nicht in allen Räumen. Alter, das Haus ist hier, hat jetzt wieder so viele Räume, wa? Okay, klappen wir zuerst die Seite hier ab. Aber da dürfte ja eh nichts sein, nur Küche, etc. und Badezimmer und Klo und so. Hä? Ah, okay. Da ist nichts. Da ist nichts. Könnte echt sein, dass dort das letzte Kleidungsstück ist. Und wir können es jetzt nicht bekommen. Ich denke nämlich, dass die da so... ...Morgensport betreiben. Aber ich weiß es natürlich nicht. Wir können es angucken. Aber naja, die Kleidung sagt mir jedenfalls sehr viel. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay, da in der Küche wird ja wohl kaum was sein. Und oben waren wir schon. Also klappern wir jetzt mal die andere Seite ab. Alter, da haben mich die Ritterrüstungen gerade erschrocken. Ja, da ist echt das letzte Kleidungsstück drin. Hallo, Herr Polizis. So. Dann picken wir mal unser Dreirad, wa? Okay, Jovita. Okay. Ähm, wir müssen jetzt Jovitas Zimmer als erstes finden. Welches Zimmer ist das? Das ist Jovitas Zimmer. Das sind schon wieder Mutis Ohrringe. Haben wir noch etwas? Alter, die sind mich gerade erschrocken. Ähm. Naja, wenn was fehlt, wird es uns ja wahrscheinlich auch noch gesagt. Ähm. Alles klar. Ich habe im Glück da mit Susan gesehen, wenn ich das hier wieder zeigen könnte. Ich glaube, Großvater hat oben in seinem Arbeitszimmer eine Kamera. Okay. Großvater ist der creepy Typ ohne Kreuze, glaube ich. Erstmal gucken, ob das richtig ist. Fabius oder wie der hieß. Ich bin natürlich die falsche Trippe raufgefahren. Ich muss andere Trippe fahren. Alter, ich fahre wie ein Betrunkener. Mit dem Fahrrad. Alter, wähl doch nicht die Scheiße aus. Wähl deine Zahndürste aus, damit keiner Verdacht geschöpft wird. Tja. Hm. Okay. Ist das das Zimmer vom Großvater? Bitte? Ja. Tschüss. Ich weiß, was hier vorgeht. Ich weiß es. Ich sah die Zeichen. Brauchen wir nicht noch einen Film? Ich bin mal eben ganz kurz gespannt. Hallo, Junge. Es scheint alles gut zu laufen. Es ist im Duty Orange. Nice. Ah, nicht klar. Ich störe jemand anderen, zum Beispiel Tom. Immerhin ist bei deinen Augen. Ah, nee. Da müssen wir nicht runter. Ähm. Hä, da bin ich... Ah, lol. Ich bin ja einmal durchs Zimmer gefahren, wa? Da geht's runter. Da geht's runter. Ja. Und natürlich müssen wir da hinten hin. Du sprichst nicht viel. Irgendwie unheimlich. Ah, alles klar. Ah. Ich sag dir doch, ich brauch noch einen Film. Alter, Opa. Zeig mir, wo der Film ist. Ich muss noch Morde begehen. Eurig, die große Morde, Alter. Wo ist denn der Film? Ich weiß, was hier vorgeht. Ah, richtig. Du sprichst nicht viel. Hörst du uns nicht. Secret door. Mein Zoller. Hallo, Junge. Es scheint alles gut zu laufen. Bevor wir den Mord jetzt begehen, muss ich da eben ganz kurz nachgucken. Komm mit mir, mein Dreirad. Mein Reus. Ross. Alter, Weinkeller. Okay. Weinkeller, 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 Weinkeller. Da ist ein Secret door. Ähm. Wir fahren jetzt erstmal in den Weinkeller. So, da haben wir den Keller. Gut. Ähm. Okay. Da geht die Treppe nach unten. Wir müssen jetzt eigentlich hier sein. Wenn wir jetzt geradeaus fahren, dann dürften wir Richtung Secret door kommen. Okay. Du hast einen Geheimort gefunden. Okay. Okay, was haben wir jetzt hier? Flasche mit dötlichem Gift. Ähm. Legen wir... Hoppala. Legen wir erstmal den Film in die Kamera ein. So. Dann wählen wir erstmal die Kamera aus. Alter. Alles klar. Ich hoffe, man muss irgendwas mit dem Raum machen. Oder ist das nur so ein Easter Egg? Ja, ich hab mal gestern in die Aufnahmen reingeguckt, die ich gestern aufgenommen hab. Das waren die ersten drei Folgen. Ähm. Und... Ich muss echt sagen, mit dem Dreirad sieht's echt super, super schnell aus. Okay, wo ist das jetzt? Wo ist das jetzt? Da ist es nicht. Ähm. Okay, da gibt's nix Neues. Nur, dass wir es ihr zeigen müssen und dass Opi eine Kamera hat. Ey. 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 Du, ich hab gehört. Äh. Das ist nichts. Mach dir keine Daumen. Okay. Oh, mein Gott. Wir können wieder runter. Raghum. 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 Ha, ich wusste es, dass sie Suizid begeht. Ich wusste es, dass wir sie mit dem Bild voll kaputt machen müssen. Weil Leute mit schwachem Geist kann man leichter kontrollieren. Und Körper. 10 von 10 Punkten. Warum, warum? Warum, warum? Warum, warum? Scheinbar haben wir in Miss Jovita Monies eine offensichtliche Täterin gefunden. Das fehlende Vorhängerschloss am Kühlraum. Das Rattengift. Es passt fast zu gut. Warum erzählen Sie mir das? Wir sind doch keine Freunde oder so. Nun, wir haben auch ein Motiv. Bilder von Ihnen und Susan Meyers in Wie drückt man das taktvoll aus? Flagrante Delicto. Ihr Engagement in Bezug auf das Personal war wohl etwas zu intensiv. Was? Davon wusste ich nicht. Sie meinen, sie tat das alles wegen meiner Affäre mit Susan? Oh mein Gott. Was habe ich getan? Tom hat nichts getan. Seine Indiskretion mag dazu geführt haben, aber er hätte sie nie darauf angesetzt. Es gibt dafür gar keinen Grund. Sehen Sie, das Ganze ist ein verdammtes Chaos und ich versuche es im Rahmen zu halten. Also, hören Sie gut zu. Jovita hat im Haus gestohlen. Sie hat Agnes vergiftet, da sie Verdacht geschöpft hatte. Wir lassen im Bericht sämtliche Indiskretionen zum Wohle ihrer Familie aus. Was nötig ist, Detective. Wir wollen das alles hinter uns lassen. Ich werde Tom zurecht stutzen, aber ich glaube nicht, dass meine Kampagne noch zu retten ist. Die Presse wird hier einen großen Tag haben. Nun, da kann ich nichts ändern, Mr. Wagner. Aber ich werde denen nichts erzählen. Ich will nur über die Runden kommen. Letztendlich konnten wir den Fall abschließen. Dachte ich zumindest. Sie steckte wohl hinter allen bisherigen Todesfällen im Haus, nur nicht hinter den des Patlers. Das ließ mich nicht in Ruhe. War das wirklich ein Unfall? Alles an diesem Fall hinterließ bei mir ein mulmiges Gefühl. Dann, pünktlich einen Monat später, passierte es wieder. Es sah nach einem weiteren Selbstmord aus. Möglicherweise hatte ich ihn so weit getrieben. Dafür schäme ich mich. Ich glaube, wir müssen jetzt Tom töten. Weil er hat jetzt ja gerade mit Tom diskutiert. 23. Januar 1973. Werden wir gleich weiterlesen. Konnte ich nicht. Der Verstand kann ich alles ertragen. Ja, wieder. Sie hat die Bilder gesehen und ging weinend auf den Balkon. Sie befindet sich nun in einem labilen Zustand. Ich sollte das ausnutzen. Ich habe es ausgenutzt. Und zwar auch noch richtig. Ich bin voll stolz auf mich immer. Ich eröffne mich mit der Zahnbürste. Heute bleib ich nah der Hölle, in Kammern zu liegen. Heute bleib ich nah der Hölle, in Kammern zu liegen ist mein Wille. Müssen wir den in der Kammer unten töten? Also wir sind uns einig, dass es Tom sein muss, wa? Oh, ich muss es nicht. Warum? Ich verstehe es nicht. Warum hat sie das getan? Onkel Tom, er trinkt nun schon seit einem Monat. Anscheinend hatte er wirklich Gefühle für Jorita. Das erinnert mich daran, dass ich eine Karte auf dem Tisch sah, als ich die Kamera nahm. Ich habe die Kamera gefunden. Es muss hier etwas Nützliches geben. Müssen wir den jetzt vergiften? Hörst du erst mal auf zu surfen, dann können wir reden. Alter, ich will doch nur die Flasche angucken. Ich will doch nur allein sein. Lass mich, ich will die Flasche angucken. Warum, ich verstehe es nicht. Warum hat sie das getan? Alter, ich gehe irgendwo, unten in der Bar müsste ja was sein, oder? Ganz ehrlich mal. Da ist ein Zimmer und da geht es nach unten. Ich gehe jetzt in die Bar. Weiß ich nicht, selbst schuld. In der Bar wird wohl irgendwo so Wodka oder diese Flasche sein, die er hat. Alter. Ey, Winter ist vorbei, nice. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Oh, die war ja sehr aufschlussreich. Alter, da haben wir eine ganze Bar und wir haben nicht das richtige Saufen bei. Ich bin ein böses Kind. Ich mache alles gerade gut. Oder ist im Keller vielleicht auch noch Saufen, dass wir vergiften können. Weißt du, die Zeit vergeht, wird muss ich nicht mehr schnell. Ich spreche mit keinen, die unreu sind. Naja, sie kann ja eigentlich nichts dafür, wenn er eine Affäre hat. Deswegen töte ich ihn auch. Ohne Mitleid. Selbst schuld, wenn er die andere knackt hier. Mit der anderen eine Affäre hat. Da ist aber nichts. Der ist selbst schuld, wenn er die eine knackt, während er mit der anderen eine Beziehung am Laufen hat. Dann ist er selbst schuld, wenn sie sowas tut. Durch uns. Eventuell wäre sie ja selbst gesprungen, aber ich glaube, dann hätten wir keine Macht bekommen. Alter. Gib mal Hertha, den 33er. Können wir mit dem irgendwas anfangen? Wir brauchen doch nur Alkohol. It's my life. Na, na, na. Äh, ich soll seine CD suchen? Hey, kleiner Mann. Ich hoffe, du planst keine Expedition in den Weinkeller. Das findet deine Mutter bestimmt nicht gut. Da war ich gerade unten. Hohohoho. Aha. Wir brauchen Alkohol. Und ich denke, ich weiß nicht, wo ich's herbekomme. Alter, weißt du, da haben wir voll die Bar, war? Voll die fette Bar. Und ich kann einfach nichts davon benutzen. Kann nur die Flaschen kaputt machen. Bedrohliche. Okay, wenn ich genug Flaschen zerbreche, ich hab grad ein Achievement bekommen, aber das habt ihr sicherlich gesehen. Ähm. Ähm. A-B-C. Okay. Ja, hab ich auf dich gelegt. Du bist es. Keine Sorge, mein Sohn. Alles läuft nach Plan. Okay, ja, dann gib mir Alkohol. Ich muss da so einen gewissen Typen-Gift in der Flasche machen, wach? Ich glaub, ich benutze die Uhr noch mal, und zwar oben in seinem Zimmer. Nicht dein Ernst. Okay. Okay. Okay.